wie viel platz mal sehr viel was wir probieren können ist einmal durch zu rennen und noch irgendwas anloten wie sowas hier einfach nur versuchen eine letzte halbe stunde muss ich natürlich dann komplett durch autos meine werkstattung die großen ersten runden eine kiste da ist der händler händler kaputt gehen sollste da sind wir jetzt nach hause wenn ich daran denke nehmen wir die klamotten mit und bringen die zum händler wir haben jetzt noch zwei drei stunden ein bisschen heller da gibt man die spikes setze ausholen können wir noch wenn es dunkel ist wir können hier oben auch erstmal wieder ausbauen hier sollen spikes hin hier ist servicegang hier ist servicegang eins zwei einrunde spikes zweirunden spikes dreirunden spikes vierrunden spikes Das heißt, der Turm kommt dann wieder hier hin. Hüpp, 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 Hüpp. Dann bauen wir da vorne genau dasselbe dran, wie hier. Dann ist es hier unser Wartungskanal. Die Steine kann man ja nicht einstecken. Dann brauchen wir vier Leitern. Eine Klappe. Zerlegen. Scharnier ist dort hinten, so machen wir auf, jawohl. So, hätten wir das mal schnell da hingezimmert. Hier stimmt es gerade. Wir müssen es auch deswegen... So. Wieso darf ich hier nicht hin? Und still. Ach ich noch Leiter. Ja. Servicegang 1, 2. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 4. 4. 4. 1. 5. 7. 10. 11. 12. 13. was auch hält ist das jetzt wegen Regen leitungen wieder sind sind hier oben drauf ist auch einmal hammer anbau anbau aufholen kochen irgendwas was wir hier reinpacken sollten das medikamente das zu sein bitte baum bei leid sollten wir wirklich nicht viel durchgegangen rezepte vergesse ich immer wieder zu stück sein das das wollen wir mal gucken das können wir irgendwann auch wieder mit hier rein das dahin hier wollte ich was zu essen bastel eine minute hier kann man sowieso mal gucken als mit hier wird gekochte maisköln ein gemüse eintopf kartoffeln noch mal oben weiß noch mal oben bilds auch mal oben brauchen wir davon nur wesentlich mehr kürbis käsekuchen tierfett bier kürbisbrot maiskürbis ah ich krieg mal gekochtes wasser dann sehen wir hier wie ich es macht ne auch nicht jetzt brauchen wir auch wieder tierfett krass das kommt dann sowieso später aus ok ausschalten dann haben wir ja mal wirklich hier wieder plus gemacht mit dem essen ja was habe ich gesagt ich würde hier sowieso aufräumen trinken gehört nochmal oben drüber jetzt mal hier unten haben die reihe essen zubereitung konserven fertig essen ja vielleicht können wir hier oben lassen das sind die ganz wichtigen sachen sozusagen klebeband klebeband rezepte kitt eisen und klebeband schon müssen wir gerade eisen gemacht haben kitt eisen und fünf minuten damit diese klebeband alles weg rezepte klebeband alle wären 80 jahrwollbau 40 fertig damit haben wir was zu tun die nacht brauchst du das denn noch einstecken oder ist das hier schon drin das brauchst du einstecken ne zeig ich mal los hat er schon unten noch reingepackt schön leist bete können wir hier reinpacken das können wir hier zurückpacken die repkits haben wir dann einstecken den haben auch immer noch wir haben schon mal ein paar ach so hier warte mal wollte man doch dich pack mal rüber dich pack mal runter das brücken wir dann können wir doch mit dem draußen wieso kommen die dahinter nicht krass nochmal geht nicht nice wie viel eisen da drauf geht ui 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 warum brauchen wir uns erstmal auf eisen longer wieder gut weit nicht gut guten Vielen Dank.